Weitere Sekundärziele müsstet ihr dann unten festlegen, falls euch irgendwas erwartet. Aber primär Ziele sind festgelegt. Die wurden festgelegt. Genau, die wurden von eurem Watch Captain Brand festgelegt. Also dann, Dordal, die Brüder, viel Erfolg. Gebt euch die Hand und verabschiedet euch dann, wenn ihr im Shuttle seid. Verabschiedet ihr euch dann vom Captain? Ja, neben euch sitzt dann nur der Brigadoffizier und der Diaslan, der Freihändler, bleibt oben auf Abruf. Aurum macht seinem Namen alle Ehre. Die Atmosphäre erstrahlt in einem sanften Gold, während das Landungsschiff langsam in Runden sinkt. Das Shuttle rast über sandige Hochplateaus, auf denen sich zahlreiche dicht bewucherte Ranken ausbilden, bevor schließlich Heistand in euer Blickfeld kommt. Der Regierungssitz der Urzeitwäldler erhebt sich an der Grenze zwischen den von Canyons zerfurchten Savannen und den Hochplateaus des Planeten. Heistand liegt an der flachen Oberkante einer großen Klippe. Im Laufe der Zeit wurden dort stattliche Ansammlungen von Holz- und Steingebäunden immer weiter übereinander getürmt. Eine breite Straße windet sich die Klippe nach oben. Ein beständiger Strom von Eingeborenen aus dem umherliegenden Land zur Stadt hinauf strömt nach oben oder verlässt sie gerade. Die Stadt, also auf einem Berg gebaut, ja? Genau, die ist oben auf einem Berg drauf gebaut, unten alles voller Wald und Urzeit, Welt. Und ihr könnt, wie gesagt, dann hier einen steten Strom erkennen, der dann hier die Serpentinen nach oben geht. Teilweise eben auch mit diesen schweren Lasttieren, die ihr dort schon erkennen könnt. Von oben konntet ihr auch schon einen kleinen imperialen Bauer kennen, der wohl eine Kapelle oder Kirche darstellt. Das ist jetzt keine Superbaut, also nichts, was man in einer Makropole finden würde, sondern eben, was dann Heistand passt. Und auch ein Soldatenkorps, so könnte man es beschreiben, zusammen auch mit dem Exerzierplatz, der sich dann dort in der Mitte wohl befinden muss. Wo ihr dann den einen oder anderen Soldaten dann auch erkennen konntet, als ihr aus dem Shuttle runtergestiegen seid. Ansonsten gibt es hier, wenn ihr dann hier runtergekommen seid, nicht viel weiteres. Ihr könntet dann hier direkt aussteigen und geht dann den Weg leicht nach Norden und dann nach Westen in Richtung der Serpentinen. Okay, ich würde als allererstes den Helm abnehmen. Um überhaupt mal den Eindruck von der Luft, von der Gegend zu bekommen und vor allem, was für Gerüche hier aktiv sind und auch sonst für Geräusche zu hören sind, um überhaupt erstmal mit dem Planeten übertraut zu werden. Ja, es ist unglaublich laut, vor allem im Wald, gerade tagsüber. Es riecht wild, nach wilder Natur, nichts, was irgendwie, also klar, die Abgase jetzt von eurem Shuttle, aber wenn du das mal ignorierst, merkst du, das ist wirklich, wirklich echte Natur. Das gibt es ganz selten noch, gerade im Imperium, da wird dann ein solcher Planet direkt dann umgewandelt. Ganz krass konntest du das natürlich auch bei Kalak erkennen, den ihr vor einigen Wochen betreten hattet, als ihr gegen die Alpha Legion gekämpft hattet und dann diese merkwürdigen Ruinen unter dem Wasser gefunden hattet. Das war ja auch einer dieser Planeten, der vor kurzer Zeit erst ins Imperium aufgenommen wurde und der dann einfach massiv verändert worden ist. Aurum ist aber noch klar und wild und schön und Natur in seiner reinsten Form. Ja, das gefällt mir. Ja, und du kannst auch die ein oder andere Echse erkennen, wenn du dann in den Wald stierst, dann blickt sie zurück, wie sie dann wohl gerade sonnend auf einem Stein sitzt und ja, gerade die angenehme Sonne genießt. Ja, ich schäfte meinen Helm mit so leichtem Lächeln auf den Nippen an den Gürtel, deck mir meinen Ohr, Communicator ein, aber vorher lief das über den Helm und stoppe dann erstmal Richtung diesem besagten Aufgang und zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen auch die Spuren angucken was für Tiere hier unterwegs sind, weil jetzt schon tatsächlich hier noch wirklich alles wild durcheinander zu laufen. Ja, auf alle Fälle. Wenn ihr euch dann auch dem Pfad anschließt nach oben, könnt ihr dann natürlich die vielen verschiedenen Leute von Aurum erkennen, die euch dann mit einer Spur von Abneigung, Neugier und Stolz begutachten. So ein bisschen Ablehnung gegenüber eurer Rüstung, aber auch Neugier, weil ihr fremd seid und weil ihr nicht diese imperialen Soldaten seid, weil ihr einfach anders seid. Aber es ist keine Ehrfurcht, das nicht. Es ist eher so, dass sie selber alle irgendwie ihre Brust rausstrecken und sich besonders groß machen und gut, klar, ihr habt jetzt eure Rüstung an. Wenn ihr die ausziehen würde, wären die sicherlich fast alle so groß wie ihr. Also 2,20 haben sie den kleinsten, den ihr seht, der hat 2 Meter. Und was besonders ist, ebenso wie ihr Planet golden ist, ist auch ihre Haut. So ein bisschen wohlig-Bronzefarben würdet ihr meinen. Also so ein richtig angenehmer, heller Ton. Gesunde Hautfarbe. Wir sind ja darauf zugeflogen, wie groß schätze ich diese Stadt denn ein? Also wie viele Leute schätze ich denn leben da? Zumindest was ich jetzt sehen kann, mal von Kellern und so abgesehen. Schwierig einzuschätzen. Laut dem planetaren Datenfax hat Aurum geschätzte 2 Milliarden Einwohner und Heilstand bewirbt auf einige, vielleicht 10.000. Vielleicht 10.000, wenn es hochkommt. Also sehr verteilt die Bevölkerung ist. Ja, ja, ja. Also du wirst sicherlich alle, vielleicht alle 50 Meilen wirst du irgendein Dorf haben oder eine andere Stadt, die dann... Aber ja, das sind viele Dörfer verteilt über den gesamten Planeten. Das ist ja doch kleiner, als ich erwartet habe. Naja, Bruder. Das ist ja gut verteidigt zu sein. Dann lasst uns mal einen guten Eindruck machen. Ja, wenn ihr die Serpentinen nach oben geht, könnt ihr auf alle Fälle sehen, wie sie wohl auch gekleidet sind. Ja, ähnlich wie Torda in Felle gehüllt oder gegerbte Häute. Rüstung aus überlappenden Reptilien-Schuppen von verschiedener Größe. Gerade wenn dann Krieger als Begleitschutz angeheuert sind mit besonders großen Waffen. Das sind alles Knochen, Knochenrüstung oder Knochen-Speere, Pfeil und Bogen, die sie wohl tragen. Das ist alles aus der Tierwelt des Planeten gefertigt und alles sehr Reptilienartig. Das müssen ja gewaltige Reptilien sein, wenn die in solche Schuppen hergeben. Ich würde unten, wenn ich unten tatsächlich nochmal Wurf auf Spuren lesen mache, ob ich abschätzen kann, was so das größte Reptilien, was so dicht an der Stadt war. Ja, gib mir einen Wurf auf Spuren lesen. Okay, ich habe den Helm ab, das gibt einen Bonus. Natürlich 83. Ja, ist auch erleichtert, aber du kannst trotzdem mal sagen, wie viele Punkte fehlen oder übrig sind. Ja, ich habe es tatsächlich so schon geschafft. Gut. Also, zwei Spuren wirst du finden, relativ einfach. Die gewaltigen Argrax, die tonnenschwer sind und dann auch die verschiedenen Karren nach oben ziehen. Und die sehr leichten, die dann auch in den Spuren der Argrax untergehen, die Terratrix, die dir auffallen. Hier auf den Serpentinen nicht so sehr, aber je weiter du nach oben kommst, kannst du dann erkennen, wie sie dort dann oben auch am Eingang sitzen. Die Wachen reiten wohl auf den zwei Stück. Und wenn ihr dann den Eingang nach oben gekommen seid, eine halbe Stunde hat das sicherlich gedauert, vor allem mit den ganzen Leuten, die dann euch entgegenkommen. Oder aber die mit euch nach oben ziehen, könnt ihr gewaltige Obsidianblöcke erkennen. Ansonsten der Rest der Stadt, der sich dann hier vor euch öffnet. Es sind alles Häuser aus Stein, beziehungsweise das Holz muss hier wohl sehr wertvoll sein, auch wenn es hier unten zumindest eine ganze Menge gibt. Aber vor allem Tordal, du weißt, als Urzeitwäldler ist es schwierig, den Wald abzufällen. A, wächst er besonders schnell wieder nach, aber auch die Tierwelt ist da auch sehr unverzeihlich, wenn du Bäume fällst. Dementsprechend sind Holzgebäude etwas sehr Besonderes. Und wenn ihr dann den Serpentinenweg an den beiden Obsidianblöcken vorbeigekommen seid, die verschiedenen Steinhäuser so ein bisschen passiert, könnt ihr auf den Exerzierplatz kommen. Und auf eurer rechten Seite könntet ihr dann die große Siegeshalle erkennt, die aus Holz besteht. Um euch herum, auf dem Exerzierplatz stehen jetzt auch sicherlich tausend Leute, die am Rand stehen, wenn ihr dann auf die Mitte des Exerzierplatzes kommt. Und auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr sehen, wie aus dem Gebäude des Imperiums jetzt die Katarjana herauskommen. Mit ihren, ja, so wie sie eben sind, haben sie sich angepasst an die Urzeitwelt. Ja, eine Flakweste oder sowas tragen sie nicht, sondern sind oben ohne. Ihre stehlenden Muskeln glänzen im Sonnenschein. Und sie haben sich allesamt ihre Kopfbandanas umgebunden, tragen gewaltige Messer, wie sie einem Astartes auch zurecht stünden. Und laxt dann ein Lasergewehr um den Rücken gebunden. Zahlreiche Schnitte und Verletzungen, die an ihnen klaffen. Ähm, und sie sind dann die einzigen, die vor euch auf ein Knie gehen. Die Männer sind mal alle gemustert. Meine Lords, willkommen auf Aurum. Rönt euch Männer. Wie ist der Stand? Was könnt ihr berichten über Aurum? Ähm, wild. Wilde Natur. Gefährliche Bestien. Wie auf Katarjana. Wir sind nicht mehr so viele. Die sind echt unnachgiebig. Berichtet, dass wir Kreaturen sind bei euch untergekommen. Na, viel haben wir nicht gesehen. Vor allem die Terra-Tricks, die sie dort reiten. Seht ihr? Am Tor. Die habe ich bereits benommen. Sie scheinen hier einige zu haben in der Stadt. Ja, das sind wohl ihre präferierten Reittiere. Fangen sie sie oder züchten sie? Nein, nein, sie werden nicht gezüchtet. Sie müssen gefangen werden. Das ist Jagdprüfung. Erhebt euch. Wo finden wir Seelerikos Dunkelgeisel? Äh, den Kaele? Ähm, ich weiß nicht, wo sein Haus ist. Müsstet ihr tatsächlich mal... Vielleicht weiß es der Vater. Vater Marius. Dann führt uns zum Vater, wenn ihr wisst, wo er ist. Ich habe eigentlich erwartet, dass einer von beiden hier platzt und was wartet. Ne, ne. Wenn wir schon so angekündigt waren. Äh, ja. Ihr wurdet angekündigt von diesem Freihändler, der war vor ein paar Wochen mal hier. Sagte das jetzt, äh, als Tat ist, komm. Naja, aber, ähm, Marius ist in der Kapelle. Dann führt uns hin. Komm mit. Keine Frage noch. Äh, ja. Mein Lord. Ist der Begriff, der mal alle sektoren schon untergekommen? Ähm, ja, das sind, ähm, Tiere. Große Tiere. Äh, der eine oder andere von den Kriegern, ähm, hat, ähm, Clown von denen am Gürtel. Dann wird es wohl meine Aufgabe sein, ein, zwei, diesen Tieren zu fangen. Weiß ich nicht. Nun, Bruder. Wir kriegen hier leider nicht so viel mit. Selbst wenn das nicht eine Aufgabe wäre, falls wir die Zeit finden, wäre das sicherlich eine interessante Freizeitaufgabe. Ich wäre interessiert. Ja, äh, während, äh, einer von den Katacchanern euch führt, bleibt der Rest stehen, äh, blickt dann so zu dem, ähm, Brigade-General. Äh, äh, seid ihr denn noch ein Aufmann? Äh, ja, wohl. Nicht Hauptmann. Bringt mich zur Aspiranz. Ja, und, äh, damit verschwindet, äh, ja, euer Brigade-General im Inneren des Gebäudes, gemeinsam mit den anderen Katacchanern und, äh, der restliche, der, der übrigbleibende, ähm, bringt euch dann durch die Stadt, äh, biegt in den Gassen ab, äh, in Richtung der Kapelle. Der Wort des Glaubens.